Fettig mariniert ist, wenn sowas aufträgt. Man muss hier auch mal was Positives sagen. Negativ gibt im Moment genug. Ich habe es nämlich mit Beinenden, am Knie und am Fuß habe ich auch noch mit. Und ich habe im Mund, was sowas angeht, ein riesen Glück. Achja, eigentlich wollte ich den Teller erhalten, aber... Wieso mache ich das denn? Bin ich blöd? Ja, weil da ein bisschen Wasser austritt. So, wie ihr seht, sieht es eigentlich ganz bunt aus, ne? Sieht doch ganz bunt aus. Da muss ich glaube ich dann nach Kompressen gucken und wieder Jod drauf. Weil hier ist... Ach, willst du gar nicht hören, da wird es gar nichts mehr essen. Das Witzige ist... Mit einer ist auch sehr schwer, weil... Ich kann keinen Tupfer und Schuh überziehen, die müssen ja nie mit einem Lappen und so. Der Salat. Da wollen wir was machen. Die Schüssel kann ich nicht mehr brauchen. Salat. Das machen wir uns auch sehr einfach. Ich brauche allerdings mal ne... ...ne Schüssel hier. Wollte ich eigentlich nur... ...ne Kleinigkeit machen. Jetzt fällt mir gerade ein, du Idiot, hast doch gar keinen Nogat gekauft. Eieieiei... Mal offen, dass wir noch welchen haben. Irgendwie so müsste ja noch irgendwas da drin. Ah, das sieht nicht gut aus. Hm... Buttermilch... Nee, aber geht ja nicht. Ah! Endlich! Das geht ja. Hm... Das ist schlecht. Ich bin aber noch vegane Schlitzel, ne? Ne? Hm... Ich hab keinen Joghurt, meine Herren. So ein Mist! Man hat's gedacht. Auseinanders. Hm... Was hältst du durch Scheiße? Also ich kann es dir alternativ machen. Allerdings ist der abgelaufen. Ist jetzt schwierig. Ist jetzt schwierig. Ist schon irgendwie so... Ach, ich will ja gar nicht reingucken, wenn das abgelaufen ist. Oh... Ist gar nichts zu sehen. Oben sind ein paar Brückchen, oder? Ist das keine Farbe oder sowas zu sehen? Ich lasse jetzt ein bisschen durchrühren hier. Ja... Aber es setzt sich ja generell immer oben was ab, ne? Deswegen ja... Deswegen ruhig ich das mal ein bisschen durch hier. Guck mal... Ob es sich das wieder gibt. Aber es setzt sich ja oben immer irgendwie Flüssigkeit ab. Ja, probieren muss ich ihn, glaube ich, ne? Das Gier ist halt viel dickflüssiger. Hm! 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 Das geht nicht. Ich hab hier doch noch so ein... Hier noch irgendwie was. Hab ich kein Joghurtdressing in einer Flasche oder so? Ich hab doch irgendwie... Mist. So ein Mist. Ich hab hier einen Fettigsalat, ist hier ein Dressing bei Müsse. Aber ich bin kein Dressing mehr. Das gibt's doch gar nicht. Wenn du mal welches brauchst, hast du dran. Dann kennst du das ja. Man kennt das ja. Ist der Salat jetzt auch gut gelaufen, dann krieg ich noch einen Anfall. Nee, ich hätte doch drei Tage. Mein Gott. Machen wir aber wie ich folgt. Mit dem Salat machen wir uns das jetzt mal einfacher. Ja, Mikroplastik. Schweller, schweller, schweller. Hier ist unser Dressing. Was ist das für ein Dressing? Jetzt sag ich das. Mit Senfdressing. Ich ess nicht alleine, dann kann ich das nicht ausschneiden. Joghurtdressing auch nicht, ne? Hab ich auch ne Idee. Scheiße. Ich hab keinen Wunst. Was denn für ein Fitz und den ist ich noch nicht mehr. Guck mal kurz. Ging nach Torsche, als wäre ein Hamster dumm versteckt. Egal. So, Salat war zu sein. Ich überleg jetzt gar nicht. Hamster. Was? Was ist doch irgendwie so aus? Frühlingskörn? Irgendwo versteckt. Da Joghurt, ich hab doch in einem Joghurt, in einem Ecken liegen. Verdammt Angst, ey. Okay. Komm mal hier. Pupo. Bananasolzix. Hund. Was heißt das? So, was ist denn das hier? Das ist rot. Das ist... Boah, was ist denn da stehen? Scheiße. Eine Buttermilch. Was ist denn der? Wir könnten äußere Tiefen daran an Buttermilch arbeiten. Hm. Vor fünf Monaten abgelaufen. Warum liegt hier nur abgelaufen, wenn du es zurückdrinkt? Weißt du, bist du auch gar nicht. Das muss ja noch pipi. Das empfinde ich jetzt nicht schön. Die Faste. Haben wir diese Buttermilch noch dringend? Ich weiß, das sollte man nicht, ne? Wir gucken mal rein. Scheiße. Ich kriegst du kein Rest hin. Ich brauche aber eins. Wir gucken mal. Mist, warum... Also, irgendwie habe ich heute nicht einen schlechten Tag erwischt. Irgendwie nur heute. Ich glaube, das wird auch nichts. Verdammt. Mach ich ihn da. Meine Fresse. Ich habe heute nicht einen schlechten Tag. Und... Weißt du? Heute nicht einen schlechten Tag. Und... Scheißdreck, ey. Ich habe an alles gedacht. Ich war sogar beim Mates. Was denn? Bin ich selber gefahren. Kann ich ja nicht. Dann versaube ich sowas. Das ist auch nicht. Weißt du was? Dann geht es nicht anders. Dann müssen wir hier das Selbstdressing nehmen. Was ist das denn hier? Was ist denn das für ein Salat? Alter. Das sind ja Blätter dazwischen. Kannst du ja nicht fressen. Was könnte ich mir sonst anfangen lassen? Der Salat ist so bitter hier, oder nicht?